hallo meine lieben freunde hier ist euer 66 shadow und hier zeige ich ein unboxing vom major league controller ja ich habe es von meinem games laden bekommen und ist auch noch geschenkt ja und jetzt wollen wir das ding mal rausziehen ok ich habe es rausgezogen habe da kurz pause gedrückt aber bevor es und jetzt machen wir es mal auf bam da kommt der controller mit der modifikationen und hier ist der pad mal schön rausziehen sehr viel mit hülle plastik rummacherei ok meine ok meine lieben freunde ich habe es jetzt ausgepackt und hier ist dieses stück der controller aussehen hier ist der major league controller für die playstation 3 hier sind die analog stick von playstation 3 grad dran aber ich kann sie ja schön modifizieren mit analog sticks von der xbox wo bisschen anders sind wo schön nach innen gewölbt sind kann auch komplettes plastikkähäuser hier um ändern kann es auf matt machen hinten habe ich hier gewichte dran die tun wir hier ist zum beispiel ein gewicht kann man den pad leichter oder schwerer machen wie es einen gefällt eine tasche habe ich hier für meinen controller und hier habe ich auch ein kabel weil es kabel verbunden sein muss mit der playstation für low umsonsten mlg controller finde ich richtig geil ein kleinen buch von der major league und dann wird halt damit jetzt gezockt mal schauen wie das so ist hinten wie bei der xbox und passt fühlt sich geil an mal gucken wie präzise der bette ist und wird vielleicht ein review oder meinung geben bei dem nächsten video das war euer 6x shadow ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag tschau tschau